Musik Mein Name ist Stefanie Heidecker und ich arbeite neben meinem Vollzeitjob in einer Online-Marketing-Agentur als Kinder- und Jugendgolftrainerin. Für mich ist die Arbeit auf dem Golfplatz ein echter Ausgleich zu meinem täglichen Berufsleben. Angefangen habe ich während meiner Schulzeit. Damals habe ich unseren Pro beim wöchentlichen Kinder- und Jugendgolftraining unterstützt und im Zuge dessen durfte ich eine Ausbildung zum Jugendassistenten Golf machen. Um diese Aufgabe bestmöglich meistern zu können, habe ich zuerst die C-Trainer Breitensportausbildung des Bayerischen Golfverbands besucht und dann im Anschluss die C-Trainer Leistungssportausbildung des Deutschen Golfverbands. Die Ausbildungen des Deutschen Golfverbands haben mir für meine Arbeit auf dem Golfplatz sehr geholfen. Man lernt hier, wie man das Training abwechslungsreich und spielerisch gestaltet und welche Übungen und Spiele sich für welches Lernziel am besten eignen. Ein weiterer Grund, warum ich die Ausbildungen, aber auch die Fortbildungen des Deutschen Golfverbands immer wieder gerne besuche, ist, dass man so viele Trainer und Trainerinnen aus ganz Deutschland kennenlernt, mit denen man auch im Anschluss noch in Kontakt bleibt und Erfahrungen austauschen kann. Bevor die Kinder samstags zum Training kommen, überlege ich mir immer ganz genau, was ich mit den Kindern in der Stunde machen möchte und welche Übungen und Spiele sich dafür am besten eignen. Dieser Teil gefällt mir ganz besonders gut, weil ich hier all meine Kreativität mit einbringen kann. Neben dem tatsächlichen Training gehört aber natürlich auch die Beantwortung von Elternfragen und die enge Zusammenarbeit mit dem Club, unseren Pros und dem Jugendwarten zu meinen Aufgaben. Und warum mache ich das so gerne? Die Arbeit auf dem Golfplatz ist für mich der ideale Nebenjob, bei dem ich meinen Spaß am Umgang mit den Kindern mit meinem eigenen Hobby verbinden kann. Mein ganz persönliches Ziel dabei ist es, dem Klischee, dass Golf nur für alte Menschen ist, entgegenzuwirken. Wenn auch du Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hast und deine Freizeit gerne auf dem Golfplatz verbringst, dann ist die C-Trainer-Ausbildung des Deutschen Golfverbandes genau das Richtige für dich. Alle weiteren Infos findest du hier auf dieser Seite.